Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 20x77 Was ist hier los? Wo sind wir hier reingeraten? N7, wo wir nicht den Speichermarkt wurden Das sind was? 6th Streetlight Greifen die mich an, wenn ich zumal komme? Das hier ist der amerikanische Traum, B**** Darf ich da sein? Wer noch einen Schuss an Höhe? Ich kann dich nicht hören Okay, das ist das 6th Street Ähm Territorium Das ist nicht das Schlaueste, das ist hier Ja, das ist, ich kann Hey, boys Bist du nicht belieben Das ist nicht das, was das? A thing of beauty I know Will never fade away Watch it to me I know Is that what you have to say What a thing of beauty I know Will never fade away Will never fade away I know Come back to this Is that a trick question? This is a party, right? Invitational For those who bleed red, white, and blue So fuck off Hey, 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 that was weak Chill Just wanted to have a good time Drink a beer, smoke This look like a fucking neighborhood picnic to you Jimmy, you are a little tense Something wrong? Problems at home Oh, you're a jokester, huh? You looking for a good laugh? Yeah, we all want a good laugh, Walker Such a nice day Everyone having a good time Like a little 4th of July Be a shame to tell Gunner Someone fucked it up, you know Yeah, I know Fine That's my chum Go drink, enjoy yourself Celebrate that decent score of yours You got some kind of competition going on? Yeah Lead spitting kind I want in Shit out of luck We're about to call it What? You scared I'd leave you all in the dust? Do you know who you're fucking talking to? Hm? I've been deployed three times Three! I fought on the front lines Easy walker What'd I say, huh? We're just here to have a good time Got something to prove? Be our guest Heh, it'll be fun And the rules of the game Now this ain't your average shoot match You gotta have a good eye But an even stronger head Because? Because we all drink around before each shot To Gunner! The new boss in town I like the sound of that Anything else I should know? Four stations You shoot at the targets with Holt's face in the time limit The more food lickers you pop, the better High score so far belongs to Walker 43 points You beat him The prize is yours All right Let's shoot the shit out of Holt Just as I thought You look to me like a show-off Let's see what you got Take this revolver Use it if you want your shots to count We're testing skill, not tech here Go ahead to the first station We'll start whenever you're ready Break a leg Okay But don't be sorry I said a man There's a red machine The weapon Stopped by the street Never ready Stopped by the street Never ready Let's shoot set Let's shoot set Let's shoot at the point Let's shoot at the point 46 points He's already stationed I'm a body moon Pretending to Another cruel day I hope I can do it Let's shoot 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 Come on Drink Ja, ja, ja Ja, ja, ja Aber speichern ist nicht möglich Schade 12 seconds Go! No, 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 no Just don't go past the line when shooting Automatical disqualification Stop! Time's up! Next station War doch ziemlich gut 12 points 12 points Wahrscheinlich wird es komisch werden Hey, hey, Vodka erst Dann hast du einen neuen Dann hast du einen neuen Ich sage dir, Mann Der Wind Der Wind Der Wind Der Wind Oh, jeiße Hur das ist Auch Der Wind Oder Er kann Der Wind Zipper Dann Der Wind Ich sage dir Fingern Die 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 Nächste Station ist irgendwo hier oben. Vodka. Zuerst Bier, jetzt Vodka. Was kommt als nächstes? Noch was stärkeres, wahrscheinlich. Damit wir so richtig zugedröhnt sind. Okay. You got 12 seconds. Go, go, go! Hey, to that line. We don't like Cheaters here. Stop, last station! Okay. Letzte Station. Sieht gut aus. 35 haben wir. Ich glaube, wir haben bisher alle getroffen. Ich bin im Wissen. Ein Ripper Lock. Um zu wissen. Okay, wir haben das. Letzte Station. Eine weitere Runde. Drink! Alles gut. Buh. So warm. Was noch mehr wird es in diesem Hecht? Schau! 12 Sekunden. Vergiss das Lied! 1, 2, und du bist fertig. Ja, das sieht gut aus für mich. Alles 46. 40. Was? Was? Hat hier irgendwie noch was angezeigt? Naus. Äh, Tragezeichen. Die gehen noch kurze Pände. Ripper vorbei. Räume tight on gear. Das ist ein North Oak, as you can see. Aber, wie viele von meinen Kunden sagen, ist es besser als nichts. Ich habe übrigens, ähm, die Smart Waffen, also beziehungsweise, alle Smart Waffen, ähm, zerlegt, da ich damit irgendwie nicht so warm werde. Deswegen baue ich hier den anderen Ding wieder aus, der für die Smart Waffen ist. Leider weiss ich gerade nicht mehr, welcher das war. Den Smart Link, das war's. Würde hier einfach wieder was anderes, ähm, einwerfen. Es hört sich interessant an, dass nachher eine leere Waffe lässt, den nächsten Schuss einen Elektroschock freisetzen, der bis zu 140 Schockschaden bei Gegnern in der Nähe des Einschlagpunktes verursacht. 9000. Nehmen wir mal. Hört sich interessant an. Und die Smart Links würde ich jetzt einfach mal zu verkaufen. Ah ja. Hm. Haben wir hier noch was Spannendes, Neues dazu bekommen? Berserk, Biodine Berserk, Thetatec Berserk. Sendevisstern. Ja, I don't know. Okay, bei den Armen, Mantis Kling. Thermal Draht, Toxischen Monodrat. 27.000. Okay. Die Gorilla Arme sind nice, das weiss ich. Raketen Abschuss System. Die Mantis Kling sind auch nice, das weiss ich auch. Aber ich würde gerne was anderes mal vielleicht noch ausprobieren. Der Monodrat hört sich noch spannend an. Mit dem du mehrere Gegner auf Entfernung mit einer Art Peitschenhieb angreifen kannst. Monodrat, Thermal, Monodrat, Toxischer, Chemie, Schaden. Also ich warte jetzt mal noch, aber hört sich spannend an. Okay, ich glaube, das sind die Sachen, die wir haben. Und wir zahlen eigentlich immer bloß für den Einbau, glaube ich. Wenn ich das richtig verstehe. Okay, war das jetzt schlau? Ich glaube nicht. Nee, war jetzt nicht so schlau. Tragekapazität. Das war doof. Das war doof. Plus 37 Tragekapazität. Kompaktes Knochenmark. Gibt mehr Rüstung. 3 plus 3. Das war richtig unnötig, dass ich das verbessert habe. Naja. Neofieber. Tyrosin Injektor. Alles, was weiß und grün ist, verkaufe ich mal. Nervensystem. Take Downs. 15 Sekunden lang Schaden von Kopfschüssen. Sieben Bewegungstempo. Kritische Trefferschosse. Klingenwaffen und Wurfwaffen. Beim Rutschen, Ausweichen oder Stürmen. Verlangsam die Zeit. Hört sich spannend an. Kritische Trefferschoss erhört sich hier weiter. Du vom Gegner entfernt bist maximal 20%. Den Stabber würde ich nehmen, 9000. Und das mit der Zeit verlangsamen? Ja, ich weiß nicht. Plus 15% Schaden von Kopfschüssen. Plus 7% Bewegungstempo. Würde ich das jetzt mal noch nehmen. Kreislaufsystem. Benötigt was? Stufe 5. Edgerunner Vorteil. Let's run. Let's run. Let's run. Let's run. Ich weiß nicht, was ich hier aus upgrade. Wenn du Cyberware upgradest, kannst du eine von zwei Wertmodifikatoren optionen aussergeben. Okay, wir haben noch einen Attributspunkt. Coolness, Stealth, ja, ich geh halt auch viel auf Stealth, ich würd jetzt mal Stealth noch mehr nehmen. Ähm, wo waren wir, Kreislaufsystem, 15% Bewegungstempo, wenn eine Gesundheit auf 25% sinkt, nehmen wir einfach mal, das verkaufen wir, dann nehmen wir hier was anderes, Subtermale Panzerung, und upgraden das vielleicht, 36 Panzerung, 2 Not, aber ich frag mich, wie man diese ganze Panzerung von 828 bekommen kann. Hm, Luxboten, verkaufen wir andere, das verkaufen wir, Newtonmodul, haben wir da was anderes, das RAM Upgrade, 14, 16, die Zeit auch verkaufen. Sorry, dass es gerade ein bisschen länger dauert, aber ich find da braucht ein bisschen Zeit, um das alles anzuschauen. Meist aber auch nicht das genau gleiche ist. Also wir haben hier bloß 25 Schaden gegen Drohnen, mechatronisches Kehren, der wäre der hier. X-Disk, plus 4 Speicherpunkte, 5% Hochlandgeschwindigkeit von QuickHacks, gegen den QuickHack wird aufgehoben, Regeneration der Speicherpunkte, Abklingzeit der Speicher. Das hier hört sich eigentlich gut an. Ähm, hä? Achso, ups. Kann auch das RAM Upgrade kommen. Why not? 66.000. Ah, ja. Okay. 16.000. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 So, ja, warte. Nee. Wo kannte man jetzt noch mal? Ich will meine Cyberware da anpassen. Okay. Warte, muss man das im Inventar? Ich bin mir gar nicht sicher. Charakter, Inventar, Cyberware, da. Benötigt. So, das muss Stufe 4 sein, damit wir Stufe 4... Okay. I see. Vielen Dank, vielen Dank. Tschüss. Hast mir ziemlich gute Ehre bewiesen. Allerdings haben wir jetzt ziemlich viel Money verloren. Na ja. Aber, ähm, ja. Wir müssen ja irgendwie unser Geld mal ein bisschen rausgeben. Ich meine, was bringt es, wenn man hunderte, hunderttausende von Eddies hat und gar nichts damit anfängt? Was? 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 Gcriptman! Was? 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 Fair and square. What the hell? Not fucking possible. Not gonna lie, I'm impressed. You know, 6th Street could use a few more shooters like you. Sure Gunner'd like to meet you. Take you under his wing, probably. Gunner can go jump off Saka Tower. You come on our turn. Crash our party. Drink our booze. And now you want to insult the host? This I don't like. How about you, Walker? Me neither. Not one fucking bit. Oh shit. I can't do it. You're fucking screwed. War das schlau? Ich weiß nicht, was ich hier gemacht hab. Ich hab bloß den falschen Ding ausgewählt. Na ja komm, mit 6th Street kann man sich sowieso. Oh ne, warte, kurz. Warte kurz. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich möchte doch kurz schauen, was passiert, wenn man den anderen Ding auswählt. Und bis dahin, tschüss. Was für den Schlamassel. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. 合 Okay, we'll be right back. Okay, let's get to it. Okay, let's get to it, guys. Let's get to it. We have time. I know. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020